Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mein Grundrezept für Muffins, Kuchen und Co. Ihr braucht Eier, Mehl, Backpulver, Vanille, Zucker und Zucker. Angaben werden unter jedem Video unten stehen. Also ich habe hier nur das halbe Rezept gemacht, also ihr verrührt Eier mit Salz, bis es ungefähr diese Konsistenz hat und dann kommt der Zucker hinzu mit dem Vanillezucker und wird dann weiter schaumig geschlagen. Sollte dann diese oder eine festere Konsistenz, umso fester die Konsistenz ist, umso luftiger ist der Teig. Aber ich habe das jetzt so gelassen, weil für mich hat das so gereicht. Und dann kommt das Mehl und Backpulver vermischt in eine Schüssel. Und dann wird das gesiebt, wichtig, gesiebt, weil sonst habt ihr Klümpchen in den Teig, gesiebt in den Teig hinein. Und am Ende sieht der Teig so aus. Und das ist mein Grundrezept. Jetzt könnte man eine Vanilleschurte, Kakaopulver oder was auch immer reinmachen. Und das werde ich euch dann im jeweiligen Video immer sagen. Ich hoffe, dieses kurze Video hat euch gefallen. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.